Die Ranger im weltbekannten US-amerikanischen Nationalpark Yosemite sind beunruhigt. Denn kürzlich wurde ein amerikanischer Schwarzbär dabei beobachtet, wie er auf der Suche nach Futter in einer Mülltonne des Parks stöbert. Die Beamten warnen daher alle Besucher, ihre Nahrungsmittel gut wegzuschließen, denn sonst könnte es zu unerwünschtem Besuch kommen und zu ähnlichen Szenen wie hier mit diesem etwa fünfjährigen männlichen Bären.